Jo Leute, es ist wieder mal an der Zeit, dass wir uns ein bisschen Blackpink anschauen. Blackpink! Wir gucken uns heute das Pop Quiz an. Unsere süßen Member von Blackpink. Mal schauen, ob wir was Neues von uns an Member herausfinden. Man lernt die ein bisschen besser kennen. Hi, we're Blackpink, and this is Pop Quiz. Pop Quiz. Pop Quiz. Okay. Hi, we're Blackpink, and this is Pop Quiz. Most Languages. Who can speak? Most Languages. Ah, das weiß ich. Das ist... Eindeutig Lisa. Gucken wir mal, ob deine Kenntnisse so gut sie spricht. So viel Sprachen. Vier Sprachen glaube ich. Aber es kommt drauf an, ob die sie wären. Ja. Lisa. Sie ist Thai. Thai. Okay. Das Interview ist auch sehr fragwürdig. Während die interviewt werden, ist jemand in der Toilette. Aber das kannst du nicht wissen, dass die Spülung so laut ist. Leute müssten auch mal kacken gehen. Hattest du mal ne Phase, wo es dir mal voll unangenehm war, kacken zu gehen? Weil du bei jemandem bist oder weil es dir gerade unangenehm war, weil du die Person erst gerade kennengelernt hast oder so? Nee, eigentlich nicht. Nicht? Scheißt du immer direkt? Ja. Echt? Ja. Richtig laut. Rosé. Because I'm Thai. Korean. English. A little bit English. A little bit Japanese. And a little bit Japanese. Modest. Japanese? Japanese. Was waren die Fragen? Die Frage war? Who never responds to texts? Woah. Wer nicht antwortet? Woah. Rose. Jenny hat sich selbst gewählt. Nein, nein, sie ist noch am WM. Ach so. Oh, wait. Ah, okay. Rose. Wer ist von uns? Wer antwortet weniger? Ich würde sagen, du. Ich würde sagen, du. Du? Ich würde sagen, du. Ey, dein Handy, du bist nie erreichbar. Und du antwortest häufiger erreichbar. Manchmal frage ich so, was machst du? Und dann kommt so drei Tage später, ich lebe noch. Das weiß ich so richtig. Wie viele Tage ich wacke und es gibt all diese Texte auf meinem Telefon. Wie Grupp-Texte. Aber auch wenn du wachst. Ja. Okay, aber irgendwie kann ich schon Rose nachvollziehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du in solchen WhatsApp-Gruppen bist. Da wird so gespammt teilweise. Ich bin zu faul. Ich bin mittlerweile voll selten am Handy, was so Texting angeht. Ja, das glaube ich dir. Aber es ist eigentlich immer ein Mysterium, was du in deiner Freizeit machst. Fast Food. Wer is am meisten Fast Food? Gut vorstellen, dass das Lisa isst, weil sie so viel tanzt und deswegen hatten so Heißhunger. Ich glaube auch Lisa. Aber sie sind alle so gut in Form. Ich weiß nicht, ob die generell viel ist. Lisa. Oh, die sind so. Jenny, Lisa, Lisa, Lisa. Lisa hat sich selbst gewählt. Ja. 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 Ich weiß sie. Ich weiß, dass du das nicht mehr weißt. Ich liebe es nicht. Ich liebe es nicht. Okay. Jose ist sehr gesund. Ich brauche friert Schinken. Ja. Ja. Ich brauche friert Schinken. Die gibt es. Ich gerne friert Schinken. Nächstes Jahr. Ja. Wer verändert das Haar am meisten? Wer hat die Haare am meisten gewechselt? Jenny hat ja immer eigentlich die dunkle Haare, schwarze Haare, schwarz oder braun, genau, Jisoo hat eigentlich auch immer die gleiche, ich würde sagen zwischen Lisa und Rosé, ja, ich würde sagen Lisa. Ah doch, okay, doch Rosé, ja, ich hatte sie öfters hin und her gewechselt, aber Lisa hatte so, ich sag mal, diese krasshange Frauen, deswegen, jetzt bleibt es vielleicht mehr im Gedächtnis. Lisa, ich finde Lisa hat schon mehr Swag, obwohl Jisoo hat diesen, Jisoo hat diesen koreanischen Humor, sie hat so diesen unterschwelligen, witzigen Humor, Lisa, finde ich, aber hat mehr Swag, weil wenn du so im dunklen Untergrund gehst, wo dann so Hip-Hop-Musik läuft, dann kannst du dir vorstellen, Lisa chillt da und macht so ein paar Dance-Battles mit. Sie hat mehr so diese Tomboy-Eigenschaft, so ein bisschen so, und ich glaube, sie ist auch sehr offen. Jisoo eher schüchtern, Rosé glaube ich auch, ich nehme an, Jenny ist halt eine entspanntere, so ruhiger. Wer ist, ich sag Jenny. Jenny? Ich sag Rosé. Ich finde sie, es wird immer so, oder wenn was ist, dann gehen sie doch zu ihr, oder? Jisoo spielt mit der Wasserflasche und Jenny nimmt sie immer. Was? Jisoo? Echt? Ich hatte immer das Gefühl, dass Rosé sehr zuverlässig ist, ne? Sweet Tooth, wer mag meistens Süßkirchen? Nein, du magst Kandee. Ich mag früchte Dinge. Und dann Schokolade. Ich liebe Schokolade. Wer liebt nicht Schokolade? Fast alle Frauen lieben Schokolade. Aber ich zum Beispiel mag auch Schokolade nur in kleinen Mengen. Ich kann nicht so eine ganze Tafel Schokolade essen. Dann schmeckt das nicht mehr. Ja. Ich kann zum Beispiel von Schokolade nur Kinderschokolade essen. Echt? Ich mag Kinderschokolade. Was? Ich mag das, wenn da so was knuspriges dabei ist. Also ich mag Kinderschokolade? Kinder Country? Normale Schokolade mag ich nicht. Ich weiß nicht, ich mag so Rittersport-Knusper-Flakes. Und wir versuchen noch eine weitere Mal. Eine weitere Mal. Das war Pop Quiz mit Blackpink. Hiiii. Wir haben eine Menge dazu gelernt. Sehr wichtige Sachen. Ich finde es schade, dass Jisoo hier recht wenig spricht. Ich finde es voll süß, wenn Jisoo Englisch spricht. Ich finde es hat auch einen mega süßen Charme, wenn du so einen Akzent wirst. Also Leute. Erstmal einen Daumen hoch gehen. Support ist kein Mord. Support ist kein Mord. Und Mord ist Mord. Ihr müsst uns in den Kommentaren reinschreiben, was wir uns anschauen sollen als nächstes. Wir versuchen uns Zeit zu nehmen. Wir versuchen auch schneller die Videos zu schneiden. Wir sind halt nicht so schnell. Wir sind langsam. Ja. Langsam im Kopf. Also Leute haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Wir brauchen unsere Website.